Danke Martina für die wie gewohnt professionelle Überleitung. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ein herzliches Grüß Gott zu einer weiteren Ausgabe des Intercenter TELS Magazins. Ich rede schnell, wir haben viel vor. Gehen wir gleich los, drinnen erklären wir. Unsere Uli ist mit Ende Oktober in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. So viel noch, Uli, alles Gute wünsche ich dir. Und hinter uns wird schon fleißig gebastelt und geschraubt, jetzt noch die letzten Vorbereitungen getroffen und in den nächsten Tagen wird der Max euch mit seinem Sort Event dann verwöhnen. Kommt vorbei und lasst euch überraschen, was es so Neues gibt. Ich habe mir letzte Woche extra neue Schuhe gekauft, sodass auch ihr Backlub für unsere Weihnachten im Schuhkarton Aktion und was es da genau auf sich hat, werde ich uns gleich in Ihnen erklären. Auch wir sind heuer wieder eine Abgabestelle für Weihnachten im Schuhkarton. Man kann sich bei uns im Intercenter einen leeren Schuhkarton und ein Prospekt abholen. Wir füllen ihn mit verschiedenen Gegenständen und die kommen dann heuer nach Moldawien, wo sie an arme und mittellose Kinder verschenkt werden. Die Pakete können noch abgegeben werden bis zum 15. November bei uns beim Freitagsjob. Bitte Nina. Der November, dieses Jahr ganz im Zeichen der Kreativität bei uns im Intercenter Delfs. Die nächsten drei Samstage haben wir wieder gemeinsam mit unserem Freitagsjob die Familienbasteltage. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Tolle Angebote werden auf euch, liebe Kinder. Kommt vorbei und bastelt mit. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen bei uns da im Tallywell Store in Delfs. Wir sind jetzt seit 18. September schon da. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher. Wir haben die trendigste Wintermode da bei uns. Und es ist bestimmt für jeden etwas passendes dabei. Romeo und Julia. Nein, ich mag natürlich Jonathan und Siglinde. Köstliches vom Apfel- und Erdapfel bei uns im Intercenter Delfs. Vom herzhaften Kartoffelpuffer bis hin zu den köstlichen, süßen, leckeren Apfelradeln für jene, was dabei ist. Ganz vorbei und überzeugt sich selbst von der Qualität und der Leistung der Schülerinnen und Schüler der Villa Blanca in Innsbruck, die uns dieses Jahr bei diesem Event erstmalig unterstützen. Der Event findet am Samstag, 15. November von 10 bis 17 Uhr bei uns im Intercenter Delfs statt. Und für alle, die es vorher schon probieren möchten oder auch danach noch, unser Partner Prima Big Restaurant mit dem Obergeschoss hat vom 7. bis zum 22. November das passende Thema Köstliches vom Apfel und Erdapfel dabei. Hin und wieder, muss ich sagen, gönnen auch immer mal eine Pause und da bieten sich bei uns im Intercenter Delfs unter anderem auch das Kaffee Margit an. Und den passenden Duschtlöschern servieren eigentlich die Mädels von der Margit natürlich sehr gern. Am 14. November findet Tirolweit der Tag des Gymnasiums statt. Und zu diesem Anlass ist das BRG Park Delfs bei uns im Intercenter Delfs von 10 bis 14 Uhr noch zu Gast. Tolle Highlights wie zum Beispiel ein Airtrack Schauturnen, eine Kunstdarstellung und auch verschiedene Vorträge zum Beispiel von Herrn Diplomingenieur Anton Mederle, Geschäftsführer der Töhnindustriebetriebe, warten auf euch. Mehr Infos findet ihr auf unserer aktuellen Postkarte, nicht zuletzt erhältlich auch bei uns im Intercenter hier. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich glaube, ich habe Ihnen eingangs nicht zu wenig versprochen. Der November bietet viel, natürlich auch Top-Angebote unserer Shoppartner nicht zu vergessen. Ich freue mich, Sie bei uns im Haus begrüßen zu dürfen. Und somit bleibt mir nur noch zu sagen, bis bald im Intercenter Delfs. Alles Gute fürs Oberland. 1 edelnd für